Kenan Karaman ist ein deutsch-türkischer Fußballspieler, der auf der Stürmerposition spielt und derzeit bei Hannover 96 unter Vertrag steht. Karriere Karaman begann das Fußballspielen beim MTV Stuttgart und wechselte später zum VfB Stuttgart und zu den Stuttgarter Kickers. 2009 ging er zur TSG 1899 Hoffenheim. Bis 2011 wurde er ausschließlich in den Jugendmannschaften eingesetzt. Im März 2012 machte er sein Debüt in der Regionalliga-Mannschaft der Hoffenheimer. Im Dezember 2013 stand er im DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 erstmals im Profikader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Am 2. März 2014 debütierte er in der Bundesliga, als er im Spiel gegen den VfL Wolfsburg kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Zur Saison 2014-15 wechselte Karaman gemeinsam mit seinem Teamkollegen Stefan Deska zu Hannover 96. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017. Bei der 1-3-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart am 23. September 2015 dem 6. Spieltag der Saison 2015-16. Erzielte er für Hannover seinen ersten Bundesliga-Treffer. Karaman spielte bisher 21 Mal für Jugendmannschaften des türkischen Fußballverbands.